Alle ganz herzlich willkommen zu unserer Videoserie zum Thema dynamisches Warm-up vor den Grunddisziplinen. Wir zeigen euch hier eine Auswahl an Übungen, die ihr machen könnt, um euch optimal für euer Squat, Bench und Deadlift-Training vorzubereiten. Ein komplettes Warm-up besteht immer aus drei Teilen. Einen allgemeinen, einem dynamischen und einem spezifischen Teil. Wie schon erwähnt, können wir uns hier ganz auf eine zweite Part, einem dynamischen Warm-up, konzentrieren. Das Dynamische Warm-up hat immer zum Ziel, dass wir die Muskeln und Gelenke aktivieren und mobilisieren, die wir nachher unserer Hauptübung brauchen. Im heutigen letzten Teil unserer Serie schauen wir uns zusammen noch drei Warm-up-Übungen vor dem Deadliften an. Unsere erste Übung ist ein Hip 99 Stretch. Wir machen mit dieser Übung unsere Hüftgelenke mobil. Das ist ganz wichtig für alle, die Sumo halten, aber natürlich genauso für die Conventional Puller, dass wir dann in unsere richtige Startposition hineinkommen. Für das nehmen wir eine lockere Grätschei. Zuerst die Knäusei aufgestellt und dann drehen wir uns ab, gegen eine Seite. Zuerst gegen die linke. Hier in dieser Position kontrollieren, dass der Unter- und Oberschenkel schönen 90 Grad Winkel bildet. Dann müssen wir Spannung aufbauen, vor Fersen, Kneuen und Hüften aktiv versuchen, den Boden hineinzudrücken. Dann, wenn es die Beweglichkeit zulässt, können wir unsere Hände sehr gerne vor dem Bein platzieren. Der Rücken bleibt immer gerade und um die Intensität noch ein wenig zu verstärken, können wir sehr gerne so weit wie wir können, gegen den Boden lehnen. Das Ganze 30 bis 60 Sekunden halten und dann gegen die andere Seite. Unsere zweite Übung ist ein Staggerate Dance Deadlift. Wir aktivieren hier unsere ganze hintere Kette, also von den Hamstrings über die Gluze bis in die Rückestrecke. Wir nehmen uns erst eine versetzte Standposition ein. Eines Bein ist vorn, das andere auch hinter. Auf der Seite, wo das Bein hinter ist, nehmen wir ein Gegengewicht, wie ein Kettlebell oder eine Kurzhantel, unsere Hand. Das ist die Startposition. Die Bewegung ist dann, dass wir die Kettlebell, so weit wie wir die Weissbeweglichkeit zulässt, über den Boden führen und uns dann wieder aufrichten. Langsam zum Boden. Der Rücken bleibt die ganze Zeit gerade. Und aufrichten. 15 bis 20 Mal wiederholen. Dann das Gleiche noch auf der anderen Seite. Aus der dritte Übung machen wir einen Single Arm Kettlebell March. Wir aktivieren hier unseren ganzen Rumpf und stabilisieren. Wichtig ist, dass sie nicht ganz seitwärts von der Schulter ist, sondern wir weisen wirklich vor der Schulter. Nur hier haben wir die Wirkung, die wir wollen. Das Ganze halten wir so. So halten, den Rumpf ganz stabil und von hier aus anfangen, Schritte zu machen. Die Kettlebell nach oben ziehen. Wie man würde laufen, vor Ort. 30 Schritte machen. Und dann das Gleiche auf der anderen Seite. Und dann das Gleiche auf der anderen Seite.